... um mich da rüber ... ist noch irgendwas? Diese Dinge sind sensitiv zu Ruhe. Wir brauchen das Radio, denke ich, oder? Das scheint das safestste von all den gefährlichen Umständen. Hm... Ich weiß es nicht, gerade nicht weiter. Tut mir leid. Oh Gott, diese Lärm. So, haben wir letztendlich mal irgendwo so ein Radio? Danke, ich freue mich. Wir müssen doch irgendwo hier scheiß Patrinen rumliegen, das gibt's gar nicht. Gibt's doch nicht. Na super, Trin. Wie geht's, Glenn? Du weißt. Hm... Back at the motor. Wie kann es so schlecht sein, so schnell? Du weißt, wenn Dinge wegzunehmen, Leute machen verrückte Scheiße. Ich glaube. Aber das ist nicht ich. Ich verrufe nicht. Nicht für nichts. Gut, Mann. Gut. Du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Warum wirst du das tun? Sie wollte nicht leben. Sie wollte nicht leben. Sie wollte eine Weg finden, um es zu Ende. Ich... Ich glaube. Du kannst nicht jemanden kämpfen. Wir haben sie die wenigstige Option. Um... Um... Exit. Ha. Ja, Ray. Okay. Ich muss doch hier irgendwo dumme Batterien finden. Das gibt's gar nicht. Foodbox. Hier kann ich gar nicht durch, okay. Batterien! Oh, yeah, bitch. Ich hab Batterien. So. Ist das nur eine gewesen, oder... Passt da nur eine rein? Ich weiß es nicht. Diese Batterie sollte die Radio fit sein. Yeah! Great. Thanks. Sonny, du weißt jetzt nicht, wie du das aufkriegst. Hey, da. Äh... Better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. Okay. I'm still looking for batteries for that day. Immer noch. Thanks. I appreciate it. Oh, verdammt. Also fehlt doch noch eine. Oh, da ist Snack. 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 Ah, nee. Batterie. Guck mal. Noch eine. Wusste ich doch. Dass noch eine fehlt. And here's another one. Should be able to get it to work now. Uh... Uh... No? Still busted. Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Nothing. Nothing. Uh... Nothing. Nothing. We can see. Wahrscheinlich hat's da falsch rum die Batterien rein. Oh, god. Junge. Der falsch rum hat's da rein gemacht. Mann, Mann, Mann. Nee, Moment, ich muss nur noch mal umdrehen. Antenne fehlt noch. Okay. Und los. Fixed it, das war schon ganz halbricht. Und ich jetzt das Radio-Raum, bitte. Here, I've been found some stuff to eat. Oh, uh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Okay, kann ich jetzt das scheiß Radio-Raum? Da da. Was ist hier? Ich kann nicht lesen, wenn du so weit. Ich will sie nicht sehr gut erinnern. Oh, nee, 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 nee. He's got a temper. Ah, fuck you. Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah? He got kids here. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Where's her mom? Savannah, I think. Oh. You guys aren't together. Oh, uh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. I'm going to get back to him. Sounds good. It's good. It's good. How do we get out of the house now? If I get out of the house, it's probably something again. Let's go with Clementine. Let's go with Clementine. Let's go with Clementine. Let's go with Clementine. Where's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. I know I'm not your dad. I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. Oh, no. We're going to try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. I checked on Clementine. Hey, 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 hey. Okay. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Okay. What else would I just not see? How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Yeah? If you want to go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. 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 Okay, it doesn't exist anymore. Ich muss doch irgendwie rauskommen. Muss irgendwie funktionieren. A few seconds to search and we'll know if he has the keys. Ehm. Yeah, it didn't work. Okay. That place is full of TVs and electronics. Du. Ehm. Those things are sensitive to noise. Also, irgendwie... That seems like the safest of all the dangerous options. Irgendwie muss ich doch was machen können. Ich geh nochmal rein. Vielleicht ist es in irgendwas. Let's head back inside. Okay. Irgendwie stimmt da was nicht. Ich muss irgendwas machen. Irgendwas bestimmt das. Und das Radio konnte ich nicht mitnehmen. Ehm. Dad, get the remote for that thing in here someplace. Ah. Moment. It's the remote to my dad's TV. Okay. That's what I figured. Okay, aber jetzt habe ich. Glückwunsch, da ist nichts, was ich in hier brauche. Okay. Jetzt habe ich aber eine Fernbedienung. Kann ich vielleicht irgendwas machen? Ah, vielleicht aufhauen. Wird nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas anders machen könnte. Dass ich den Zombie, äh, dass ich dir an das Schaufenster locken könnte. Hey, muss ich das auch gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich denke es mir nur, weil er sagt, dass sie gegen Sound, gegen Klänge, ziemlich reizbar sind. Gut. Willst du gehen und guck mal nach außen? Ja. Lass uns einen guck mal nach außen. Okay. So. Ah, jetzt wird's los. Das Ort ist voll von TVs und Elektronik. Ah, guck du mal. Okay, ähm, ich habe hier anscheinend wieder eine Lösung. Und, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Und, servus.